Das Komitee für Einheit und Fortschritt war eine politische Organisation im Osmanischen Reich. Es war die treibende Kraft hinter der konstitutionellen Revolution von 1908 und dem Völkermord an den Armeniern und regierte zwischen den Jahren 1908 und 1918 mit kurzer Unterbrechung. Es war die mächtigste und langlebigste Partei der Bewegung der Jungtürken. Gründung Das Komitee für Einheit und Fortschritt ist ein Zusammenschluss von mehreren Gruppen aus dem Aus- und Inland, die alle gegen die Herrschaft Abdulhamid II, kämpften. Der erste Keim der KEF im Inland war die 1899 in der Militärmedizinischen Akademie gegründete Geheimorganisation namens Iti Hadiyosmani C. Mieti. Fünf Schüler mit dem Namen Aishek Sekuti, Ibrahim Temu, Abdullah Tchefdet, Mehmed Rezid und Hikmet Imen gründeten diese Organisation. Sie nahmen sich den italienischen Carbonari-Geheimbund zum Vorbild, der für eine Vereinigung Italiens eingetreten war. So organisierten sie sich in Zellen mit vier Mitgliedern. Die Organisationen breitete sich auch über die anderen Militärschulen aus. Einige Mitglieder wurden verhaftet, einige flohen nach Paris und trafen sich dort mit anderen osmanischen Flüchtlingen, die ebenfalls die Wiedereinsetzung der Verfassung wollten. Diese Gruppe unter der Führung Amit Reiser gründete die Osmani Iti Had V. Iterak G. C. Mieti und publizierte ab 1895 die Zeitung Mesveret, die in Osmanisch und Französisch erschien. Auf einem Kongress von 1896 wurde der liberalere und englandfreundliche Besitzer der liberalen Zeitung Meisen-Maison-Simurat der neue Vorsitzende. 1897 wurde der Sitz der KEF nach Genf verlegt. Das Komitee spaltete sich auf dem ersten Jungtürkenkongress 1902 in einen liberalen Teil unter Prinz Sabah Etten und einen nationalistischen Teil. Unter Amit Reise, Prinz Sabah Etten führte die Dezentralisten an und heißen von dort an Tesebü Süsasi v. R. Demi Merke C. Mieti. Amit Reiser Gruppen nannten sich von dort an Komitee für Einheit und Fortschritt. Ab 1905 wurden die Propaganda und Organisationsaktionen durch Dr. Nazim und Bahaydin Shakir, die aus der Türkei kamen, verstärkt. Im September 1906 gründete der Telegrafenbeamte Mehmetallat in Saloniki die Osmanli Hürriye Cemileti und trat in Kontakt mit den Jungtürken im Exil. Zwei Monate später gründeten in Damaskus Offiziere der 5. Armee, denen auch Mustafa Kemal Pasha angehörte, die Organisation Watan. Auf dem 2. Jungtürkenkongress im September 1907 in Paris wurde die Bewegung Komitee für Einheit und Fortschritt benannt. Mit dem Beitritt der Watan-Gruppe wurden noch mehr andere oppositionelle Kräfte vereint. An dem Kongress nahmen alle Oppositionsparteien und auch die als Dachnaken bekannte armenische Revolutionäre Föderation teil. Auf dem Kongress wurde ein Militärputsch gegen Abdulhamid II. beschlossen. Ab 1895 gibt es Berichte über die Gründung revolutionärer Gruppen innerhalb von Armeeverbänden überall im Osmanischen Reich. Ob diese Gruppen untereinander in Kontakt standen oder eine zentrale Kommandostruktur hatten, ist noch nicht hinreichend geklärt. Viele dieser Gruppen traten später der KEF bei. Die Dritte Armee mit Hauptquartier in Saloniki wurde ab Anfang des 20. Jahrhunderts zum Fokus der revolutionären Gruppen. Innerhalb der Armee-Einheit, die mit der Niederschlagung des makedonischen Aufstands beauftragt wurde, bildeten sich ab 1903 auch solche Gruppen, die sich die makedonischen Gruppen zum Vorbild nahmen. Neue Mitglieder mussten, egal ob Zivil oder Soldat, einen Eid auf Waffen schwören und nahmen den Tod bei Verrat in Kauf. Die Revolution von 1908 wurde von dem Zentralkomitee der KEF in Saloniki organisiert. Alle wichtigen Führer der KEF nach 1908 wie Talat Enver, Kemal, Kavitbay, Mustafa Kemal, Rami und Sükrü, die in der osmanischen Politik aktiv wurden, waren schon vor 1908 Mitglied der KEF in Saloniki, Mustafa Kemal Pasha. Mustafa Kemal trat im Februar 1907 dem Komitee bei und nahm als Delegierter von Tripolis am Parteikongress vom 22. September 1909 teil. Dabei kritisierte er die Partei wie folgt. Die Führung des Komitees teilte die Meinung Mustafa Kemals nicht, lediglich Kesim Karabekir hatte dieselben Ansichten wie er. Nach dem Parteikongress wandte sich Mustafa Kemal vom Komitee ab, um sich seiner Militärlaufbahn zu widmen. Nachdem Mustafa Kemal Pasha am 23. Oktober 1923 die Republik Türkei ausrief, ließ er das Komitee verbieten. Da er keine Geheimbünde im neu gegründeten Staat wollte, die zweite osmanische Verfassungsperiode. Nach der Verkündung der zweiten osmanischen Verfassungsperiode am 24. Juli 1908 kam die KEF nicht direkt an die Macht. Vielmehr kontrollierte sie von außen die Regierungen von Hüseyin Hilmi Pasha, Ibrahim Heki Pasha und Mehmet Said Pasha. Der Großteil des Abgeordnetenhauses, das im Dezember 1908 gewählt wurde, waren von der KEF unterstützte Personen. Im Februar 1909 wurde zum ersten Mal in der osmanischen Geschichte eine Regierung durch die Abgeordneten der KEF durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Das Komitee hielt seine ersten vier Kongresse 1908, 1909, 1910 und 1911 geheim in Saloniki ab und die Mitglieder des Zentralkomitees wurden der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben. Die Regierung, die mit Unterstützung einer Geheimgesellschaft ohne politische Verantwortung die Regierungsgeschäfte führte, wurde Anfang 1909 stark kritisiert. Der Begriff der unsichtbaren Personen fand Eingang in die politische Satire. Im April 1909 wurde ein Journalist, der dem Komitee ablehnend gegenüberstand, auf der Galaterbrücke von einem Unbekannten erschossen. Das führte zu einem Aufstand gegen die KEF-Regierung, der unter dem Namen »Vorfälle vom 31. März« bekannt ist. Dieser Aufstand wurde von den militärischen Verbänden aus Saloniki unterdrückt. Das Komitee wurde dadurch noch mächtiger. Mehmet V., der Abdulhamid II. an der Macht ersetzte, war nicht mehr als eine Marionette. Mit einer Verfassungsänderung im August 1909 hatte das Parlament das Monopol auf die politische Macht. Machtverlust. Der Reaktionen auf die nationalistische Politik der Regierung auf dem Balkan und insbesondere in Albanien und die Besorgnis über die Politisierung. Der Armee führten 1911 dazu, dass sich sie die Fraktion im Parlament auflöste und sich mindestens zwei Oppositionsparteien bildeten. Die Wahlen von Februar 1912 wurden zur Schaubühne der von der KEF gelenkten Gewalttaten und Korruption. Bei der sogenannten Prügelwahl gewannen fast überall die Kandidaten der KEF. Daraufhin erklärte die Opposition die Ergebnisse für nichtig und innerhalb der Armee bildete sich mit der Hala Skatsabitan eine Gruppe, die die KEF von der Regierung entfernen wollte. Nach einem Memorandum der Hala Skatsabitan vom 16. Juli musste die Regierung der KEF unter Said Pasha zurücktreten. Das parteienübergreifende Kabinett des KCA mit Muta Pashas wollte der Herrschaft der KEF ein Ende setzen. Deswegen wurde die Wahl vom Februar 1912 annulliert und das Parlament aufgelöst. Dagegen setzen der neuen Regierung Gruppen wie die Kayykshila, Cemileti und andere in Istanbul zu. Diese wurden von den Polizeiorganisationen, die von KEF kontrolliert wurden, unterstützt. Als der im Oktober 1912 ausbrechende Balkankrieg innerhalb kurzer Zeit zu einer Niederlage wurde, veränderte sich die politische Stimmung wieder zugunsten der KEF. Das Komitee, das sich eine gewalttätige nationalistische Politik angeeignet hatte, beschuldigte auf der einen Seite die Regierung wegen der Niederlage und konnte auf der anderen wichtige Offiziere auf seine Seite ziehen. Am 23. Januar 1913 überfiel eine bewaffnete Gruppe unter der Leitung Inverse, der zu der Zeit Major war, eine Regierungsversammlung im Babi Ali. Er schoss den Kriegsminister Nazim Pasha und zwangen den Großwesier mit der Waffe am Kopf zum Rücktritt. So gelangte die KEF durch einen Militärputsch an die Macht. Die Regierung der Imiti hat Viteraki. Nachdem es die Macht durch einen Militärputsch wieder erlangte, stellte das Komitee keine eigene Regierung auf, sondern er nannte den geachteten Soldaten Mahmoud Sevkit Pasha zum Großwesier. Dieser aber starb am 11. Juni 1913 durch ein Attentat, so dass unter dem neuen Großwesier Seytal im Pasha eine umfassende Diktatur aufgebaut wurde. Es wurden 24 Personen, unter denen auch oppositionelle politische Führer waren, im Zusammenhang mit dem Attentat zum Tode verurteilt. Seit 1820 die ersten politischen Hinrichtungen. Die KEF-Regierung schickte ungefähr 250 Gegner, darunter viele Schriftsteller, Journalisten und Abgeordnete, nach Sinop ins Exil. Alle oppositionellen Zeitungen wurden verboten. Die Politik und Reformen der KEF-Regierung nach 1913, die sich selber als Revolutionsregierung betrachtete, kann wie folgt zusammengefasst werden. Die Streitkräfte wurden durchgreifend reformiert. Enn war bei Übersprang Vierdienstgrade und wurde zum General- und Oberkommandierenden der Armee ernannt. Die Außenpolitik richtete sich nach Deutschland aus. Ideologisch wurde der Türkismus und Turanismus angenommen. Schriftsteller, die diese Ansicht vertraten, waren neben dem Sprachrohr des Komitees Auf der anderen Seite gewann auch die islamisch-nationalistische Strömung von Dichter Mehmet Akif Ersoy innerhalb des Komitees Anhänger. Eine nationale Wirtschaftspolitik wurde etabliert, die die nicht-muslimischen Minderheiten aus der Wirtschaft verdrängen wollte. 1914 wurden einseitig die Kapitulationen gekündigt. Arbeiten zur Vereinfachung und Türkisierung der Sprache wurden begonnen. Es wurden Reformen durchgeführt, die das Ausbildungswesen in den Medressen modernisieren und dem Bildungsministerium unterstellen sollten. Durch den Hukuki-Eile-Erlass wurden in Zivilrecht Mann und Frau gleichgestellt. Frauen erhielten das Recht auf Scheidung. Durch einen Erlass im April 1917 wurden alle geistigen Gerichte dem Justizministerium unterstellt. 1917 wurde der Vorschlag gemacht, die Dynastie Osman zu entmachten und eine Republik zu gründen. Doch wegen der Opposition innerhalb des Komitees unter Talat Pasha ließ man davon ab. Der amtliche Rumi-Kalender wurde vom julianischen auf den gregorianischen Kalender umgestellt. Weiterhin verlegte man den Jahresanfang auf den 1. Januar, Kriegsjahre, als Folge eines Abkommens vom 2. August 1914. Das ohne Wissen der Regierung und des Sultans zwischen der Führung des Komitees und Deutschland geschlossen wurde, trat die Türkei an der Seite Deutschlands in den Ersten Weltkrieg ein. Dieser Vorfall führte innerhalb des Komitees zu Kritik und Spaltung. Prominente Unionisten wie Kavit Bay, Amit E. Z. Pasha und Kyrüksolu Mahmoud Pasha traten aus der Regierung und der Armee aus. Andere wie Fethi Bay, Rauf Bay und Mustafa Kemal blieben zwar, nahmen aber unterschiedlich starke Haltung gegen das Komitee unter Enver Pasha ein. Kemal Pasha, der zuvor schon Polizeichef Istanbul sowie Marineminister und eine der Schlüsselfiguren des Regimes war, wurde in den ersten Kriegsmonaten zum Armeekommandeur Syriens ernannt und so de facto aus der Regierung entfernt. Die Konkurrenz zwischen den beiden verbliebenen Führern Talat und Enver trat von Zeit zu Zeit offen zu Tage, führte aber zu keiner Spaltung. Die schweren Niederlagen in der Schlacht von Sarikamis, Sus und im Irak führten zwar nicht dazu, dass die politische Stellung des Oberbefehlshabers Enver Pasha erschüttert wurde, sondern dass Zweifel an seinen strategischen Fähigkeiten aufkamen. Umfangreiche Unterschlagungen, die dem Versorgungsminister Topal Ismail Haki Pasha, der Enver Pasha Nahestand, angelastet wurden, schädigten die KEF-Regierung ebenfalls Waffenstillstand und türkischer Befreiungskrieg. Angesichts der sicheren Niederlage im Ersten Weltkrieg trat die Regierung Talat Pashas am 8. Oktober 1918 zurück. Auf einem außerordentlichen Kongress am 1. November löste sich die KEF selber auf und gründete die Erneuerungspartei. Am 2. November flohen die Führer der KEF Enver, Talat Kemal, Bahaydin Shakir und Dr. Nazim mit deutscher Hilfe nach Berlin, um sich den Unionistenprozessen und den gegen sie verhängten Todesurteilen für ihre Verantwortung am Völkermord an den Armeniern zu entziehen. Zu der Zeit glaubte man in der Türkei und den Siegermächten, dass sich das Komitee nicht aufgelöst habe, sondern in den Untergrund gegangen sei. Um später wieder aktiv zu werden, Führer, die während des Krieges in Korruption oder Massaker verwickelt waren, wurden versteckt. Andere Kader wie Kavitbay, Rauforbay, Fethi Okia, Kara Vassif, Ramibay und Ismail Kambulat, die nicht direkt für Massaker und Unterschlagungen während des Krieges und für das Bündnis mit Deutschland verantwortlich waren, traten in den Vordergrund. Bereits 1915 wurde eine Widerstandsgruppe unter Enver für den Fall der Niederlage und der Besatzung des Landes gegründet. Schließlich wurden im Winter 1918 1.919. Personen, die später im nationalen Widerstandskampf wichtige Rollen spielen sollten, nach Istanbul beordert und ausgebildet. Es wurden in verschiedenen anatolischen Städten, Zeitungen und Vereine gegründet und in West- und Nordanatolien mit Hilfe ehemaliger Mitglieder der Teskeleti Masusa die Widerstandsgruppen der Kuva-Yemiliye aufgebaut. Bis zum Frühling 1921 war in der Presse die Meinung weit verbreitet, dass Enver bei einer bestimmten Stufe des Widerstandes zurückkehren würde, um die Regierung zu übernehmen. Hauptkritikpunkt der Istanbuler Presse in den Jahren 1919 bis 1920 an die Adresse des nationalen Widerstandes war dann auch dessen Unionismus. Wenn man mal die wenigen Ausnahmen wie Reisen nur und Amit Fahed T.E.K. beiseite lässt, bestanden die Kader der Widerstandsbewegung vollständig aus ehemaligen Komitee-Mitgliedern. Nationalistische Führer wie allen voran Mustafa Kemal sowie Rauf, Fethi, Kesim Karabeke, Ismet, Jalal Adnan, Segru, Rami, Jerkes Rasid, Jerkes Etem, Bekir Sami, Yusuf Kemal, Selal Eden Arif, Ahmed Agaulu, Recep, Semsetin, Hüseyin Avni, Ziyahorsid waren allesamt Mitglieder der alten K.E.F. Kader und sogar auch in der Teskeleti Masusa aktiv. Die Vertreter und Propagandisten des Komitees in den Medien wie Ziyah Gökab, Mehmet Iman, Mehmet Akif, Jalal Nuri, Junus Nadi, Fali Rai Föki, Veli de Buzia und andere setzten sich für den nationalen Widerstandskampf ein. Daher kann die Frage, ob der Kern der Widerstandsbewegung alte Mitglieder des Komitees waren oder ob es eine neue Bewegung unter Mustafa Kemal war, nicht befriedigend beantwortet werden. 1924 gründeten einige Ex-Mitglieder des K.E.F.I.K. Sim Karabeke, Rauf, Abai, Ali, Fu, A.C. Besoi, Refe, Pele und Adnan Adi war die Oppositionspartei Teraqe, Povacium, Hurriyet, Fökasi. Diese neue Partei wurde 1925 mit ihrer Opposition gegen das Gesetz zu Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe, dem Takri-Risikon Kanunu, verboten. 13 prominente Parteimitglieder wurden wegen der Behauptung eines Zusammenhanges mit dem Izmir-Attentats von 1926 auf Atatürk vor das Unabhängigkeitsgericht gestellt und teilweise hingerichtet. Das Ende der Führer der Etihad V. Itaraki. Die Generäle Envar, Talat und Kemal verließen mit dem deutschen U-Boot SMU-17 in der Nacht zum 2. November 1918 Istanbul und kamen am 3. November 1918 in Sevastopol an. Talat Pasha wurde am 15. März 1921, als er seine Wohnung an der Hardenbergstraße Nummer 4 in Charlottenburg verließ, von Sokho Montilirian, einem armenischen Überlebenden des Genozids, erschossen. Kemal Pasha fiel am 22. Juli 1922 in Tiflis armenischen Attentätern zum Opfer. Envar Pasha wurde am 4. August 1922 am Siegentipe, das 15 Kilometer östlich von Balchuan in Tatschikistan liegt, in Kämpfe mit der Roten Armee verwickelt und von armenischen Rotarmisten getötet. Die ersten 10 Nummern wurden nach dem Alter der Mitglieder vergeben, Major Tahir bei, Major Naki bei, Talat bei, Mithatsukru, Rami bei, Hauptmann Kesim Nami bei, Oberleutnant Ömer Naci bei, Oberleutnant Taki Baha bei, Oberleutnant Ismail Kambolat bei, Hauptmann Edip Servit bei. Die Nummern 11 bis 110 wurden nicht vergeben. Andere Nummern sind Mitglieder, die später eintraten waren.